Willkommen zurück in meinem Atelier Wir befinden uns hier im Weißen Haus Und die... Im Heißen Haus, naja Und die Schweine hab ich auch eingeladen hier Guck mal wie die hier rumlaufen Hey Leute Darf ich für eine neue Runde TTT? Tobi Wittmann Patrick räumt dir erstmal den ganz schön Boah, ich hab renoviert, stell dir mal vor Ich bin eine Werwolf-Wildschweinesau Tine Wittler Du hast für dich Boah Liebe Tine, solltest du dieses Video sehen hier Der Patrick hasst Juden Mehr als sie Der Patrick ist ein Judenhasser Und... Was ist denn hier los? Der ist weg Das ist jetzt offiziell Das ist nur wenn das Ding runterfährt Aber auf den Lift zu bedienen da Komisch Wo seid ihr denn? Gott 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 Ich weiß auch hier wo ich die legendäre Folge mit Sarahs aufgenommen hat Hey, was ist denn da mit Sarazars? Wie viele waren denn da bei? Also... Zwei! Da gibt's mehrere von! Ah, geil! Leute, wer hat's da abgeballert? Bronze? Hey, irgendwie leckt das hier zwischen, oder? Bronze! Hör mal auf diesen, äh... Dings dazu benutzen, ey! Ja, ich muss doch hochfahren, man! Hör mal auf den LW-Jetzer zu benutzen, 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 man! Seid ihr alle richtig vom Pferd gebumst, alle! Ja, dann konfirm doch mal Tobi da! Ja, Tobi ist Trailer, Tobi ist der! Aber ich kann ja da! Ja, Tobi, scheiße, aber ne Granate! Hä? Ich hab vorher ne Granate geschießt und der Dicke, der ist da reingelaufen! Was war denn jetzt, Tobi? Tobi, er hat's aber getötet, Alter! Karma, Tobias! Karma, Tobias! Hast du dich an Dicke genannt, Alter? Karma, Tobias! Komm, mach da mal noch ein bisschen Werbung, der ist auf! Komm, mach da mal noch ein bisschen Werbung von irgendwas! Ey, warte mal, was war das? Warum ist denn jetzt alles so eskaliert? Warum hast du denn auf uns einfach geschossen, Tobi? Ich hab Patrick als erstes abgeknallt, weil ich mit dem alleine Ohr war! Der Tobias ist einfach rustikal! Der Bronzer hat das aber zufälligerweise gesehen! Hast du gemerkt, dass du nicht mehr rauskommst, ne? Ich hab's gesehen, ja! Ich hab's gesehen, wie du mich getötet hast! Halt's Maul denn! Alles klar, Tobias! Warte, du hast dir gar nix zu melden! Du stehst in der Hierarchie ganz weit unter mir! Hier, hier, hier! Die sind wieder da, Dennis! Dennis, die sind wieder da! Wer ist da? Die Bifi-Computer, Mann! Mäh! Guck mal hier! Wo? Oben? Ich steh doch grad hinter dir in dem Raum! Bifi-Computer! Boah, ne! Guck mal Curry, du brauchst doch nur einen Lüfter, ne? Besorg dir den, warte! Oh, kein Lüfter! Gesundheit! Wo war das? Was war das denn? Ja, das geht ja mit dir da vorne, Alter! Ich mach die ganze Einrichtung! Kannst du mal eine Aggression woanders raus? Ey! Es reicht! Hä? Warum ist Phobie tot und warum sagt keiner was dazu? Alter! Ja, das weiß ich nicht! Hallo! Warte mal, dann kann es aber nur Patrick sein! Ja, stimmt! War Dennis und Curry, die waren grad hier vorne, beim Eingang, ne? Jedes Mal! Warum? Gut aufgepasst! Ich hab auch gekillt von der Sniper! Warte mal, warte mal, Payzone! Wer hat ne Sniper? Ja, natürlich jetzt wahrscheinlich keiner mal... Nee, warte mal! Aber der Patrick! Guck mal, der Patrick hat so ne dicke Waffe! Die würde der niemals sehen! Ja! Es war einfach so klar! Habt ihr grad gemerkt, wie er in seinem Kopf alles gerattert hat? Ja! Der Patrick ging schon auf halb 8 hin jetzt! Der Patrick ging schon auf halb 8 hin jetzt! Der stand schon bis unten, ne? Mega nice! Patrick? Ja, da hat sie jetzt aber auch Pech gehabt, dass wir alle zusammen standen, ne? Ja, Payzone, Mann! Ich hab meine Waffe weggeworfen, eine neue gesucht! Aber das Ding ist, ich glaube, wenn du die Waffe nicht... Das hast du echt gut gemacht, ey! Ich glaube, wenn du die M4 nicht genommen... Äh, diese Klotzwaffe da nicht genommen hättest... Hättest keiner gemerkt, Alter! Ja doch, dann hätt ich nur ein Brecheisen, dann hätte der Kevin gesagt... Nee, aber der war ja trotzdem nicht da, Dennis! Wir waren ja trotzdem alle zusammen, die ganze Zeit! Du Gott! Halt dich! Du hättest ihn ja wegbringen können oder irgendwas... Da musst du echt dran denken! Müsst dir ein bisschen Beweise verstecken, Patrick! Hör auf die Lift, so Leute! Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein paar Folgen, bis wir das können! Hä, wer macht den Lift da grad wieder? Wer ist da im Lift-Action? Tobi? Nee, ich bin hier! Oh, scheiße! Hey, Dennis ist runtergefahren, der Bummskopf einfach! Ja, ich bin runtergefahren, deswegen stehe ich auch hinter dir, du Idiot! Ja, irgendeiner hat auf jeden Fall den Knopf... Aua! Hä, was war das denn? Alles noch! Was geht da mit dir? Mach doch was, Alter! Der Ben hat nicht beinahe umgebracht, Alter! Und ich mit Absicht, Alter! Hey, der hat voll auf sich... Der war's natürlich! Ich bin hier in den Tunnel, aber die ist zurückgekommen! Hey, der hat das Schießen einfach angefangen! Ja, Dennis, ne? Was geht denn... Was war denn jetzt los, Alter? Ja, keine Ahnung! Das ist jetzt skaliert auf einmal so... Ich wollte dir die Kanase reinwerfen, ne? Ich bin zwar tot, ne? Aber der guck ich einfach so... Wie so ein richtiger Kevin so... Da hat der mit dem Schießen... Mit dem... Mit dem Datschießen angefangen! Fuck, da kann man gar nichts reinwerfen, voll Scheiße! Warum? Äh? Keine Ahnung, ey! Kannst du mal den Dödel reinstecken, Bronze? Ja, mach mal! Kann ich ja gerne mal machen! Aber selber kann man doch da runter springen, oder? Probier's doch mal aus, Patrick! Ja, Tobi! Ich glaub nicht! Patrick! Ja, mach mal! Patrick! Was macht der denn, Alter? Echt? Ach fuck, ich wollte ihn gerade stoßen! Ja, du wolltest mich gerade schubsen! Ja, du wolltest mich gerade schubsen! Ja! Er hat nämlich... Er hat nämlich gedacht, bei der Alleine-Seiten, aber dann hat er mich gesehen! Aber ich hab dich versprecheisen! Ja, nice, Patrick! Aber ich bin's trotzdem nicht! Ne? Warum machst du denn so was? Warum machst du denn so was, Patrick? Töte mich doch! Er töte mich doch! Hack doch mal die Ladygane aus! Boah! Warum machst du denn so was da, Patrick? Lass die Lampe da, du Schlampe! Warum machst du denn so was, Patrick? Ich hab mir gerade eine Theorie! Pass mal auf! Oh! Patrick! Patrick ist kein Traitor! Das tut mir weh, Mann! Ich bin viel zu dumm für so einen geilen Plan! Ja eben! Du wolltest nur Spaß! Hör auf! Das tut mir weh! Korrekt! Das tut mir weh! Hör auf! Du ziehst mir Sachen ab! Ja, du hast recht! 100 Pro! Nein! Du bist so dumme! Leute, gönnt ihr mal aufhören, andere Menschen zu verletzen! Das tut weh! Warte mal, warum ist der Curry gerade so ausgerastet? Hat er etwa Angst, dass das aufgedeckt wird? Hat er etwa Angst, dass er die eine Runde schießt? Nein! Hallo, der hat mir Schmerzen abgezogen! Ja, warum? Das ist doch scheiße! Ja, wenn du innocent bist! Ganz kurz! Tobi, wenn ich immer Schmerz habe, du kannst immer vorbeikommen! Du kannst mir die Schmerzen nämlich immer abziehen, weißt du? Das ist sehr gut! Was soll ich denn sagen? Ich will doch nicht sterben! Warum nicht? Nur Platzierung von Patrick! Seid ihr doof? Also ich hab Curry in der hängeren Auswahl! Das reicht ja nicht! Mega Schuss, Leute! Da muss man sich echt... Nice! Patrick ist es, glaube ich, nicht! Jedenfalls, ich nehm immer... Das wär schon vorbei, wenn Patrick... Hä? Ist hab' keine Wurstel! Tobi, was versuchst du jetzt schon? Was magst du denn da nehmen? Curry! Hey, was geht denn mit euch? Er hat hier an die Wand geschissen, Blut! Das wär' ich, sorry! Ich bin Traitor! Wer war das? Dann kann Curry nur Traitor sein! Hahaha! Wie das grad aussah! Mit hochgejumpfest, Alter! Du hast ja vorher rutschen! Hahaha! Okay, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne, Alter! Ja, der Wand schießt, Alter! Ja, lecker! Alter! Ich bin auch so wie deine anderen Folgen auf YouPorn, Alter! Hahaha! Die Folge nenne euch mal ein gutes Somnale! Somnale! Hör auf mich, habt ihr mal dabei! Hey, dein Patrick! Hey! Spaß! Oh! Ey! Boah! Ey, was war das denn? Ich wollt grad demonstrieren, wenn wir in die Ecke schießen, wie Patrick's nur Spaßschüsse macht. Da hinten, um halt so von sich zu weisen, auf einmal ne Tobi mittendrin durch, Alter! Tobi Topsen! Mittendrin durch, Alter! Also Curry! Der ist nur das Spalding von der Maul, da Curry! Oh geil, mach mal da! Tobi! Mach da mal, Tobi! Ey, Tobi! Das ist mein! Das ist Tobi! Alter! Ben! Okay, Junge, man das Ding ausgarten! Ich bin schwanger! Aber ich bin's ja nicht! Ich bin schwanger, Mann! Nöken in de Kalkenkarrie! Ja, ich weiß was da heißt, Tobi! Das ist von mir jetzt hier zu stehen! Nöken in de Kalkenkarrie! Nöken in de Kalkenkarrie! Ey, das! Alter, der Kalkenkarrie hat er vorgelassen! Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott! Patrick, ey, du bist so schlecht, Mann, ey! Alter Schwede! Der haut da die Granate und killt uns alle, ey! What the fuck is doing on Patrick? Der hat euch nicht wollen! Wer war jetzt Traitor? Curry, ne? Das Baby! Das war die Babygarde, Alter! Hat das Baby nicht mitbekommen? Curry war Traitor? Hast du ihn unterbarmt? Ich hab euch ein Baby ins Gesicht geknallt! Ich wusste nicht, ob das Curry Traitor war, Mann! Und dann hab ich Patrick und mich eingeschlossen und dann hab ich Patrick vergewaltigt! Deswegen wollte Curry keinen Schaden kriegen, siehst du das? Du hast mich ja gewaltigt, aber ihr würd doch genauso sagen, dass das Schaden macht! Nicht, wenn ich Innerside bin! Aber du warst fast wirklich Übersensibel, weißt du? Ja gut, das ist gut, ich bin immer Übersensibel! Ey! Ich werd deine Schock gemacht! Was willst du, TF-Aller? Dennis, ist im Traitor-Shop? Ja, weil ich sie auch anguck! Ah, Dennis Wert! Probieras! Dennis, wie gehst du denn heute, Dennis? Gut, ich sitz hier so ein bisschen, guck wie das Wetter so ist draußen! Okay Dennis, du bist Traitor! Ich bin Traitor, ja das stimmt! Ist gut Patrick, kannst du hier gerne auf dem Sofa setzen, auf dem Sessel-Patrick, wenn du willst! Genau, wir haben einen neuen Teppich, hier den Curry, bei E-Darling! Ich bin dein Teppich! Guck mal, setz dich doch hin, Patrick! Ich wär hier ein Traitor gewesen, Alter! Ich wär hier ein Traitor gewesen, Alter! Schade, Bronzo, dass du nicht... Oder so ist auch gut, Patrick! So kann man sich auch hinsetzen! Schade, Bronzo, dass du nicht... Ja, ist schade, ey! Mit grad Tobi hat das so geil im Raum töten können, ey! Danke, Patrick! Ja, stimmt! C, oder? C war das, ja! Moment! Warte, ich hatte grad einfach auf meinem Kopf Munition ausgeschissen, ne? Ja, das macht nichts! Du kannst mir so vertrauen, ich könnte jetzt so in die Nüsse schießen, ne? Ich bin ein Shotgun, Mann! Wer zu Hölle macht da vorne die Tür mal auf und zu! Oh, ne Mikrowelle! Guck mal, ey! Was geht denn los, Alter? Was ist denn hier das? Hä? Ich lass euch mal alleine! Okay, danke! Lass mal ins Oral Office gehen! Ja, Moment! Boah! Mein Volk, ich habe etwas anzukündigen! Ja, was denn? Ab morgen gibt es jeden Tag eine Tafel Schokolade umsonst! Boah, nice! Für jeden! Und für Curry, für Curry gibt es eine Line Koks! Oh geil! Und für Ben, für Ben gibt es endlich mal drei Paar neue Unterhosen, die er auf links tragen kann! Für Tobi, für Tobi gibt es eine Tüte Happy Meal! Und für Patrick, ja, habe ich mir überlegt, gibt es einfach nix, ne? Für Babyborn, Alter! Jetzt wollte ich gerade eine Blume vorbeibringen! Ja, bring mal die Blume, dann überlegen sie es mir nochmal! Babyborn, Babyborn! Aber es geht, es geht, es geht nicht! Ich bin ein bisschen enttäuscht, Patrick, dass du dann... Ja, aber die ist so schwer! Curry! Okay, ich will nicht stören! Nein, 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 nein! Komm mal her, wieder Curry! Nein, nein, nein! Curry, komm mal kurz her, ich hab noch was! Patrick, rastet richtig? Warte, du machst gerade das Oval Office kaputt, Alter! Der Potter hat ja das Oval Office zerstört! Hallo! Curry, Idiot! Alter, der schlägt mir mit dem Stuhl! Hallo! Hier schlägt der Präsident mit dem Stuhl kaputt, Alter! Komm mal auf die Kausstimme! Curry, komm mal her, ich bring dich jetzt um, Alter, für die Bemerkung hier! Würde ich auch gerne machen! Warum hast du gerade gegen die Wand geguckt, hast du? Dabbel, Alter! Ach, das ist Dennis! Dennis, lass es bitte, bitte! Dabbel! 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 Oh, Entschuldigung, Alter! Ich wollte eigentlich daneben schießen, Curry, es tut mir leid! Dennis hat mir die Hälfte abgezogen! Es tut mir leid, du, dass wir in dem Frühschießen, Curry! Stattdächtiger Nummer eins! Curry, du, dass wir... Okay, ich mach's! Tobi, wir haben was zu klären! Weißt du noch? Okay, Patrick, alles klar! Ronze, weißt du noch? Sniper-Übung Nummer eins! Oh, nein! Nein! Okay! Wer war das? Oh mein Gott! Okay, Dennis, wir sind zu zweit, wir können uns vertrauen! Wir sind Army of Two! Army of Brothers, Alter! Wo ist TF3000, Alter? Ist einer tot? Weiß ich, ich suche euch schon die ganze Zeit! Ah, Junge, du bist doch der Traitor Nummer eins! Hä? Ich weiß nicht, wo der scheiß Präsidentenraum ist, ich glaube die ganze Zeit schon rum, Alter! Soll ich dir streamen, oder? Bronze lebt auch noch! Toll! Bronze? Der Bronze lebt auch noch, siehst du? Ja, ja, Bronze lebt auch noch! Es kann ein Bronze gewesen sein, Dennis, weil wir ihn alleine zuletzt gesehen haben mit Patrick! Stimmt! Aha! Wo ist der Bernd denn jetzt hin? Tobi habe ich ihn nicht einmal gesehen! Also ich bin hier bei euch gerade! Der war noch, der war noch bei Dings! Ja, wie gesagt, es kann! Warte mal, der Bronze ist hier grad hochgegangen und auf einmal ist der weg! Hä? Der ist nicht hochgelaufen! Doch, der ist hier, ich habe grad eins zu eins gesehen, wie er die Treppe hochgegangen ist, der ist weg! Hier hinten ist der gelaufen, ne? Ich war die ganze Zeit im Waffenlager hier! Bronze, lass mich, lass mich, hau ab! Bronze, geh weg! Aber Tobi, Tobi ist! Da war ich die ganze Zeit drinnen, Curry, vorhin! Das ist doch unfassbar! Tobi ist! Tobi ist! Tobi ist, Bronze! Ja? Wo ist der denn? Er hat grad geschrien! Der ist oben irgendwo! Ok, Bronze, wir müssen jetzt zu zweit! Ja, der liegt hier! Wir müssen jetzt zu zweit hoch! Die ganze Wand ist voll geschissen, Alter! Ja, scheiße, die Wand jetzt! Wir müssen das wieder sauber machen, ey! Alter, mein ganzes Haus ist voll gekackt! Oh, fuck, fuck! Der ist oben! Pass auf! Du gehst rechts, nicht links! Wo ist der? Wo ist er? Der Bronzer hat sich grad angehört, wie ein Ryder ausgeht! Du Brastart! Hier hat das Baby angehört! Du hast mich sogar noch geholt, Tobi! Du hast mich sogar noch geholt, Tobi! Guck mal, du kleiner Drecksacker, Alter! Richtiger Darmstadt-Fan! Richtiger Darmstadt-Spieler, der sagt, 12 Millionen sind zu wenig! Ja! Hast du mich grad Darmstadt-Fan genannt, Alter? Darmstadt-Fan! Boah, du alter Missgeburt! Ey, ich werd dich umbringen! Du alter Missgeburt! Warte, Tobi, was hast du denn immer? 12 Millionen zu wenig, oder was da? Was hättest du denn Darmstadt-98? Ey, Alter! Missgeburt! Drecksverein, die Länder! Drecksy, oder was? Missgeburt! Ja, vor allem den Tobi! Ich glaub, der Patrick hasst mich jetzt! Boah! Was hat er gemacht? Ey, wir setzen uns da hinten in den Konferenzraum! Tobi, wir müssen was klären! Schießt ihn mir ins Gesicht! Immer wenn ich mit Patrick alleine bin, bin ich Traitor! Wer fährt denn da schon wieder mit uns? Alter! Oh, Mann! Welches Aufmerksamkeit Kind war das denn? Wer ist jetzt bei mir? Der Mode ist allgegenwärtig! Der Mode ist allgegenwärtig! Warte mal! Der Bernd ist hier oben! Ich bin oben! Boah! Tobi muss unten sein! Klar! Bin voll unten! Mann! Hä? Was ist das denn, Alter? Tobi, was war da los? Hä, guck mal, Bernd! Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Was ging mit Patrick? Guck mal, hier sind so Linien im Raum, Alter! So Seile! Aber irgendwas ist... Warte mal! Patrick muss irgendwo tot sein, hier! Warte mal! Warte mal! Hä? Patrick, are you still alive, my friend? Hey! Pet-Pet-Alarm! Wo bist du? Hä, was ist das, Alter? Hier sind durch den ganzen Raum... Durch das ganze Haus so Seile-Dings! Keine Ahnung, ist das eine neue Traitor-Waffe? Wer hat die Seile gespannt? Kann nur der Tobi gewesen sein, weil da muss man wieder eine Hose aufhängen, immer! Glaubt ihr, das war Patrick? Merkst du selber, Dennis, ne? Merkst du selber! Okay, ich habe ihn gefunden! Was hat er gemacht? Hä? Wurde ich wieder geschlafen? Wurde ich mit einer Shotgun getötet, und da hängt irgendein Raum an einer Decke! Was ist da denn passiert? Warte mal, hier sind ja auch noch Seile überall! Hä, Alter! Der ist in Speaking Room! Alter Curry ist straight up! Alles klar, Marie! Alles klar! Scheiße! Ich gehe mal... Die Seile auf der Spur! Nee, schon wieder! Hey Bronzebeard! Ach du Scheiße! Hier ist er. Da ist er oben da. So, was ist jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube Curry war es. Oder was hast du jetzt gesagt, Dennis? Ja, ich glaube auch. Dennis. Oh, Hilfe! Nein! Boah, nice! Aber Jungs, der Curry war die ganze Zeit... Der Curry verwandelt sich immer zu einem Fass, das müsst ihr euch lernen. Ich kann mich nicht mehr auf die Hücke raus, Mann. Aber Patty, was ist passiert mit dir, Alter? Alter... Aber ich hätte mir denken können, dass das der Curry war, weil der Curry hängt die Leichen immer auf. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ja, das war eine neue... Ich dachte nicht, dass ich dich gekillt hatte, Dennis. Ich hatte die Tonne da drunter die ganze Zeit. Fuck, du warst da schon im Raum drin, als ich da reinkam? Ja, ich war die Tonne, Alter. Oh Mann, die habe ich gar nicht realisiert, Alter. Daumen auf der Curry. Ja, supergeil. Ja, nice. Ich habe die ganze Zeit auf deine Tür geguckt, weil ich Angst hatte, dass du wieder rauskommst, ey. Junge, Mann, ich mache da gerade ein Speaking of Life vorbereiten, Alter. Ja, das war eine neue Folge. Trouble, Trouble, Trouble. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Trouble, Trouble. Da. Trouble. Shit. Trouble, Trouble. Hä? Was?